Musik Darf's ein bisschen mehr sein, ist das diesjährige Motto vom Zirkus Picard. Gemeinsam mit Saschas Travestie Show wurde den Zuschauern eine einzigartige Show geboten. Ja, wir sind hier in Wiener Neudorf, neben dem ehemaligen Palmershaus in der Palmersstraße und wir gastieren noch bis zum 13. Mai hier auf diesem sehr, sehr schönen Zirkusplatz, gut sichtbar von allen Seiten. Wir spielen ganz aktuell unsere neue Show, darf's ein bisschen mehr sein, 2018. Und heute Abend, ja, da gab's eine richtig ganz besondere, einmalige Konstellation mit Saschas Travestie und dem Zirkus Picard, die sich sogar noch im Sommer wiederholen würde, werden auch einen Charity Travestie Zirkus spielen. In jedem Falle ist es eine Verschmelzung von vielen verschiedenen Künstlern, die glücklicherweise in einem grandiosen Programm gipfelt. Also mit dem niedersischen Familienzirkus Picard spielen wir jetzt schon einige Jahre, muss ich ehrlich sagen, wir sind ja fast aufgewachsen mit dem Zirkus. Vorstellungen gibt es seit 2017 in der Manege. Das ist natürlich ein Sammelsurium an Künstlern von Saschas Travestie und der Zirkusfamilie Picard. Das heißt, es ist oben am Seil was, es ist am Boden was, es ist ein sehr schwunghaftes, sehr lustiges Programm. Wir waren jetzt gerade in Baden und wir sind am 26. Mai beim Charity Zirkus und das ist schön, dass wir als Künstler auch Menschen, denen es im Leben nicht so gut gegangen ist, ein bisschen unterstützen dürfen. Und am 5. und 6. Juli sind wir in Dreismauer auch bei einer Charity Veranstaltung mit dem Zirkus Picard und Saschas Travestie. So wie du mit Zeit und Niest und Niest und wie auf grausliche Päckchen verbeißt, da freue ich mich auf, dass du genauso ausschaust wie der Hund, der in diesen Scherz. Wie viele Kostüme braucht man für eine Vorstellung? In unserem Hauptabendprogramm heute Abend sind es ca. 12 Rollen, also 12 Kostümwechsel, 12 unterschiedliche Rollen, das heißt, man möchte ein bisschen aus verschiedenen Genres ein bisschen was zeigen. Wichtig ist, dass einfach ein bisschen frei ins Publikum und das unheimlich Spaß macht. Auch für die neue Show wurde fleißig trainiert und geübt. Oh ja, die ganze Winterpause haben wir trainiert und vor allem auch viel einstudiert, geprobt, Musik geschnitten, unendlich viele Kostüme genäht. Ganz gerecht im Titel darf es ein bisschen mehr sein. Es sind auch wirklich viel mehr Kostüme, mehr Artistik, mehr Akrobatik, mehr Nervenkitzel und auch mehr zum Lachen dabei. So richtig Zirkuspicard, wie wir ihn kennen, aber noch ein bisschen mehr. Schön ist, dass wir glückliche Fans haben. Nicht nur von jung bis alt, sondern dass einfach sehr, sehr viel Feedback in die Tour kommt von den Menschen. Weil sie einfach sagen, endlich einmal zwei, drei Stunden einmal kopffrei machen und einfach das Leben ein wenig genießen. Denn es hat ja wirklich jeder einen Rucksack zu mitschleppen. Der eine hat ein bisschen schwerer und der andere ein bisschen erleichter. Aber wenn man es ein bisschen erleichtern kann durch seinen bunten Abend wie heute Abend, dann ist es alles toll und dann ist uns alles geglückt.